Jeder kennt das ernüchternde Gefühl, wenn man nach einem bombastischen Trailer sich einen Spielfilm reinzieht und der dann, naja, eher so mittelmäßig ist. Das wollen sich jetzt zwei Männer aus den USA nicht mehr gefallen lassen. Sie haben einen Trailer gesehen eines neuen Films mit Anna de Armas, das ist das Bond-Girl aus dem letzten Bond-Film. Und das Schlimme war, die Dame taucht in dem Film dann gar nicht auf, sie war nur in dem Trailer. Und das wollen sich die Männer jetzt wirklich nicht bieten lassen. Sie haben das Hollywood-Studio Universal verklagt auf schlappe 5 Millionen Dollar Schadenersatz. Ob sie damit wirklich durchkommen können, schauen wir uns näher an in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Borger & Solmecke. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt. Das ist wirklich eine kuriose Geschichte. Spätestens seit dem letzten Bond, keine Zeit zu sterben, ist Anna de Armas, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die Schauspielerin, die man sehen will in Filmen. Auf alle Fälle gibt es viele Fans, die sie sehen wollen. Und manche Films entdecken sie dann auch in anderen Filmen, nicht unbedingt nur in diesem Bond-Film. Und so freuten sich zwei Männer aus San Diego, dass sie sie im Trailer zur Musical-Komödie Yesterday entdeckt haben aus dem Jahre 2019. Die kurze Geschichte ist schnell erzählt. Ein Singer-Songwriter ist durch den Zufall der einzige Mensch auf der Welt, der sich an die Beatles erinnert. Und die Songs anschließend damit die Bühnen der Welt erklimmt. Mittendrin im Trailer sind dann einige Beatles-Songs zu sehen und eben auch Anna de Armas. Und ihretwegen liehen sich die jüngsten Filme aus bei Amazon Prime für 3,99 Euro. Das hört sich ja erstmal gut an, 3,99 Euro. Das ist der gängige Preis bei Amazon, aber die Enttäuschung war riesig. Die Szene mit Anna, die war nicht drin im Film. Viel schlimmer noch für die beiden Männer. Sie kam also gar nicht vor, sie kam überhaupt in dem ganzen Film nicht vor. Nicht nur diese kleine Szene war nicht drin, sondern die Anna tauchte in dem Film nicht auf. Das ist doch Betrug. Der Trailer ist doch irreführende Werbung, sagten die Jungs und machten eine Sammelklage. In den USA geht das, bei uns gibt es nur Musterfeststellungsklagen, gehen wir gleich noch ein. Aber mit der Sammelklage haben sie das für alle, die da betroffen sind. Für die ganzen Millionen Kunden machen wir jetzt mal 5 Millionen Dollar Schadenersatz. Und sie sagen, tja, wir müssen unsere Fehlausgaben kompensieren. Die 3,99 waren für die Katzen nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch. Und weil den Verbrauchern durch den Trailern ein Film von Anna de Armas versprochen worden ist, aber kein Film entsprechend geliefert worden ist, hat man für das Geld keine Gegenleistung bekommen, sagen die Kläger. Und da fragt man sich, kann das wirklich ein Betrug darstellen? Schauen wir uns mal die deutsche Sicht an. Strafrechtlich ist das schwierig. Betrug kommt nicht so richtig in Betracht, denn da heißt es, es wird ein Irrtum erreicht bei den beiden durch Täuschung. Und dieser Irrtum und die Täuschung müssen kausal sein. Also schauen wir uns das an. Sie hatten sich geirrt, dass sie da drin ist und sie sind auch getäuscht worden. Aber die Täuschung muss vorsätzlich sein. Das heißt, das Hollywood-Studio muss gewollt haben, mit dem Trailer dafür zu werben, dass alle sich den Film holen und dann wussten die auch, die kommt aber dem Film gar nicht vor. Und dieser Vorsatz, na, den wage ich mal eher zu bezweifeln. Denn jeder weiß, dass ein Trailer weit vor dem Film schon rauskommt und dass sich dann manchmal in dem Film noch was verändert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Universal das hier als Hollywood-Studio absichtlich gemacht hat. Also würde der Betrug nach deutscher Sicht jedenfalls rauskommen. Aber im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, da haben wir Regeln, die betreffen die irreführende Werbung. Also man darf die Verbraucher nicht in die Irre führen. Das ist Paragraf 5 UWG. Und da gibt es eben Spielregeln, an die sich Marktplayer halten müssen. Da geht es darum, dass man eben keinen zu einer Handlung bewegen soll, die er nicht getan hätte durch eine Täuschung. Also man soll eben keinen Verbraucher täuschen, der dann irgendwas kauft. Ganz einfach gesagt. Beispiele sind zum Beispiel die Darstellung von freiläufenden Hühnern auf dem Bauernhof, auf einer Eiverpackung. In Wirklichkeit sind das Eier aus Legebatterien. Klar, habt ihr getäuscht, Eier gezeigt. Das ist auch ein interessanter Vergleich jetzt. Aber gut, um zu verstehen, wie das Wettbewerbsrecht funktioniert. Freilaufende Hühner draußen auf einer Verpackung, aber in Wirklichkeit Legebatterien. Geht nicht, weil man die Verbraucher in die Irre geführt hat. Und auch wenn man bewusst was weglässt oder verschweigt, geht auch nichts. Verbrauchertäuschung. Man muss immer einen konkreten Einzelfall anschauen. Schauen wir uns das hier mal an. Der Verbraucher, naja, muss man sich schon fragen, kauft ihr den Film nur wegen einer konkreten Schauspielerin? Eher die Ausnahme. Und wir gucken im Wettbewerbsrecht immer auf den durchschnittlich aufgeklärten Verbraucher. Und dass jetzt alle den Film Yesterday nur wegen ihr sich ausleihen, ist auch eher unwahrscheinlich. Es gibt zwar ein paar Fans und auf ein paar trifft es auch zu. Ja, aber die allermeisten interessiert eher diese Beatles-Story dahinter, dass da nur noch ein Mensch auf der Welt ist und dann eben entsprechend die Beatles-Songs da zu Weltruhm führt. Das heißt also, schon da wären wir im Wettbewerbsrecht raus. Und was natürlich auch hinzukommt, im Wettbewerbsrecht können sich nur Wettbewerber untereinander abmahnen. Naja, und die beiden Jungs sind keine Wettbewerber von Universal. Da könnte dann Warner Entertainment oder Metro-Goldwyn-Mayer oder wen gibt es da, könnte dann Universal wieder abmahnen. Aber nicht zwei Konsumenten. Also die würden sich aufs Wettbewerbsrecht hier gar nicht berufen können. Und dann stellt sich die große Frage, naja, wenn da so eine Abmahnung nicht möglich ist, was bleibt dann noch? Naja, die geprellten Männer könnten überlegen, ob sie aus dem Vertrag Ansprüche Geld machen und die 3,99 Euro zurückkriegen, weil der Vertrag möglicherweise, der Film einen Mangel hat. Darüber könnte man natürlich nachdenken, dass eben etwas anderes verkauft worden ist, als in der Werbeaussage getätigt worden ist. Und dieser Mangel geht allerdings nur, wenn das ein Kauffilm war. Dann hätte man eben eventuell Recht auf Minderung, ja. Und wenn das aber hier ein Streamingfilm war, und für 3,99 Euro sieht das Ganze danach aus, als wenn das ein Streamingfilm war, ist das eine Miete. Und bei der Miete habe ich diese Rechte, die ich beim Kauf habe, nicht so ohne Weile, das ist beim Mängeln. Und insofern kann man hier eventuell noch überlegen, ob sie die 3,99 Euro zurückkriegen. Aber auf keinen Fall. Diese Millionen, die sie jetzt in den USA einklagen, das kann ich an dieser Sache auf jeden Fall versichern. Was natürlich ist, wir haben zwar keine Sammelklage, aber wir hätten eine Musterfeststellungsklage. Wenn man also sieht, hier sind massenhaft bezogen auf einen Film viele Verbraucher getäuscht worden, könnte man eine Musterfeststellungsklage anstrengen. Und alle Verbraucher könnten sich anschließen und könnten dann ebenfalls ihre 3,99 zurückklagen. Ob das jemand macht, ich wage es zu bezweifeln. Aber, er hätte es nicht gedacht, das ist kein Einzelfall. In den USA gab es schon vergleichbare Fälle. 2011, The Frau aus Michigan ist vor Gericht gezogen, weil im Trailer und in dem Film Drive mit Ryan Gosling folgendes war. Der Trailer hatte sie auf einen Actionfilm mit vielen Verfolgungsjagden vorbereitet. Sie freute sich schon darauf. Allerdings entpuppte sich der Film für sie dann als fades Drama mit viel Gerede und wenig Action. Kann ich übrigens erstmal privat gar nicht sagen. Also wenig Action, klar, aber ich fand das kein fades Drama. Ich fand den von der Stimmung her total geil, den Film Drive. Aber darüber lässt sie streiten. Ich habe schon Leute gehört, die fanden Drive total scheiße. Diese Frau im Jahr 2011 fand Drive offenbar scheiße, hat kurzerhand den Filmverleih verklagt und das Kino, in dem sie den Film gesehen hat, hat gesagt, das ist doch Betrug. Und tatsächlich wurde der Fall durch mehrere Instanzen hinweg heiß diskutiert und die Klage wurde aber letztlich abgewiesen. Und deswegen dürfte der Yesterday-Kläger hier auch wenig Chancen auf Erfolg haben. Wahrscheinlich wird er wenigstens angehört, denn bei Drive wurden die auch angehört. Und immer wenn man angehört hat, bleibt wahrscheinlich, denken so die Anwälte, die höchstwahrscheinlich den Prozess hier finanziert haben, immer noch eine Chance auf eine Einigung. Der Yesterday-Autor erklärte übrigens, warum überhaupt die Szene von Anna de Armas gestrichen worden ist. Man befürchtete, dass die zentrale Liebesgeschichte durch ihre Szene, in der sie mit dem Hauptdarsteller flirtet, an Romantik flallieren könne. Online findet man die gestrichene Szene übrigens noch, also können sich die beiden Fans aus San Diego immerhin ihre Anna dort anschauen. Ja, so spannend kann Urheberrecht sein, liebe Leute. Und wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Abo da. Würde mich jedenfalls freuen. Und wenn ihr selber Interesse an der Mitarbeit bei uns in der Kanzlei habt, unser Aufruf, schaut mal unten in die Caption. Wir haben einige Jobs für wissenschaftliche Mitarbeiter, vor allen Dingen Studenten und Referendare. Referendariatsposten sind natürlich auch bei uns zu vergeben. Auch das unten. Und zwar, was die wissenschaftlichen Hilfskräfte betrifft, bundesweit. Denn wir arbeiten mittlerweile zu größten Teilen remote. Die Pandemie hat es möglich gemacht. Wenn man in der Pandemie was abgewinnen kann, dann, dass man Mitarbeiter in ganz Deutschland so relativ schnell rekrutieren konnte. Und wenn ihr da Bock drauf habt, schaut unten in die Caption. Da sind unsere Stellenangebote. Ich danke euch an dieser Stelle herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.